So. Na. Der kommt hier nicht hoch. Nein. Und ich baue euch jetzt hier ein Grab. Und weg mit euch. Wow, wow, wow. Das ist aber auch ganz schön übel erwischt. Ich bin fast tot. Aber nicht so schlimm. Ich kann mich ja hier heilen. Mein Gott. Ich glaube, es ist ernsthaft Bogenschützenzeit jetzt. Kann ich hier oben in dem Turm vielleicht was bauen? Ich habe nicht ganz die Rohstoffe dafür, aber ein bisschen geht. Hier? Hier vielleicht? Oder hier? Ja, genau. Lassen wir hier. Hier einen Bogenschutz vom Außenkosten. Ah, mir fehlt Holz. Ein bisschen Holz brauche ich hiervon, aber das reicht wahrscheinlich nicht. Nein. Oh, nein, nein, nein. Nicht schon wieder zu Tode stützen. So. Nein, nicht dagegen hauen. Das war's. So, jetzt aber hier. Bogenschutz mit Job. Wunderbar. Dann das Ganze noch etwas absichern. Gegen Bögen, die hier in der Gegend reinfallen. So kann es natürlich nicht gehen, ne? Und dann kaufe ich die doch gleich mal hier. Okay. Massenweise Bögen. So, und jetzt hier nicht zu Tore stürzen. Wunderbar. Dass dieser Bogenschützen-Schaden, äh, der Bogenschützen-Schopp hier nicht funktioniert. Echt traurig. Dass ich hier immer reinrinne. Auch nicht so toll. So, wie sieht's denn hier aus? Muss man sich natürlich aufheben, das geht so nicht. Und Feuer frei. Okay, ich glaube, ich geh mal runter. Wobei, mit so vielen Pfeilen, Nahkampf-Bogenschütze, nee. Egal, riskieren. Oh, was geht denn hier ab? Mehr Krater bitte. Warte mal, da sind ganz viele Steine. Komm, 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 komm. Ab in mein Innenbieter. Ja, erwischt. Ja, erwischt. Ja, erwischt. Jawohl, der hat sich selbst erledigt. Sehr gut. Hm, wenn ich den Bogen so schieße, dass er da runterfällt, der Pfeil da runterfällt, wo die Respawn, das wird doch mal was. Au, irgendwas hat mich erwischt. Pfeil. So nicht, Freundchen, so nicht. Was geht denn hier ab? Hier unten ist immer noch eine riesige unterirdische Tunnelfestung. Ah, das ist jetzt nicht die schlauste Methode. Dann doch lieber oben rum. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht mal Pfeile für die Aktion. Ja, getroffen. Oh, 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 oh. Rückzug. Allerdings, Leute. Allerdings, Rückzug. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich hab dich voll im Visier. Ich glaube, er ist tot. Ich hab ein bisschen die Orientierung verloren. Wow, wow, wow. Der Pfeil war knapp. So geht's aber nicht. Das freindt durcheinander. Nein! Ach. Und wieder zurückheilen. Hm, irgendwie haben wir relativ wenig Risiken. Das ist vielleicht zum anderen Team. Was ist denn hier schiefgegangen? Egal, ganz viele Pfeile habe ich noch zum Verschießen. Ja, ist es denn jetzt mal gut. Ach. Das ist jetzt mal gut. Oh, okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017